Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ja, ihr habt bestimmt schon das Video hier gesehen zum Affiliate Marketing und wir besprechen jetzt heute kostenlos, wie ihr euch nebenbei ein Zusatzeinkommen generieren könnt und zwar gehen wir mal von 100 Euro am Tag aus. Also wenn es jetzt dein Ziel ist, wirklich 100 Euro am Tag zusätzlich zu verdienen durch Affiliate Marketing, wie macht man das? Das wären 3000 Euro im Monat. Ist das realistisch, ist das nicht realistisch? Jeder, der sich mit Marketing im Internet auskennt, weiß, dass es mega realistisch ist. Also wenn du dieses Video noch nicht gesehen hast, musst du es auf jeden Fall erstmal sofort gucken. Das ist so die Basis, da erkläre ich erstmal so grundlegende Sachen, wie funktioniert das überhaupt? Dann kannst du dich da drunter, hier habe ich geschrieben, eintragen. Da habe ich schon einige E-Mails bekommen. Ja, Cecil, ich bin im Maximumprinzip, aber ich will mich jetzt trotzdem anmelden, nicht hier fürs Online-Business-Prinzip. Nein, geht nicht. Die Basis ist wirklich das Matrix-Prinzip, weil im Matrix-Prinzip ist alles erklärt, was du überhaupt für ein Business aufbauen willst, wie man das skalieren kann, ob man das von der Zeit abkoppeln kann, was es für ein Business sein soll, wie man mental sich darauf einstellt, wie man tolle Beziehungen hat, wie man zwischenmenschlich besser wird, wie man Stress reduziert, wie man alles, da ist alles drin im Matrix-Prinzip. Und im Online-Business-Prinzip geht es wirklich nur um die technischen Einstellungen. Also du kannst das Online-Business-Prinzip nicht machen, wenn du nicht im Matrix-Prinzip bist. Deswegen ist das absolute Basis. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Jetzt zeige ich euch nämlich zum Beispiel, ich zeige euch heute zwei sehr, sehr wichtige Sachen. Einmal, wie ihr Reichweite aufbauen könnt, also wie ihr eure Reichweite verbessern könnt, damit mehr Leute auf eure Profile kommen und dann bei euch kaufen. Und dann zeige ich euch, wie ihr direkt verkaufen könnt. Also welche Tricks ihr anwendet, dass ihr verkaufen könnt. Und am Ende erkläre ich euch noch, wie man das zum Beispiel dann professionell machen würde. Das geht nämlich dann viel, viel schneller und dann würde man nicht mehr die Manpower einsetzen. Also gehen wir mal davon aus, du hast Provision im Maximum-Prinzip und im Matrix-Prinzip von 30%. Also wenn du im Matrix-Prinzip angemeldet bist, dann 30%, ansonsten 20%. Wenn du nicht im Matrix-Prinzip angemeldet bist, mach das erst, weil das ist wirklich die Grundbasis, überhaupt finanziell frei zu werden, emotional frei zu werden und so weiter und so fort. Aber gehen wir mal davon aus, das Matrix-Prinzip kostet im normalen, regulären Preis 2000 Euro ungefähr, 1997, davon 30% ist ja schon viel, aber es gehen auch Steuern ab, 19%, dann gehen die Digistore-Gebühren ab von circa 7%. Also es bleibt nicht so viel über, also es sind nicht 30% von 2000 Euro. Aber es ist schon ein Betrag, dass man sagen kann, okay, selbst wenn wir das alles abziehen, selbst wenn ich mal eine Promotion-Aktion mache und das Programm kostet nur 1500 Euro, dann ziehst du die Sachen ab, dann hast du halt vielleicht 30% Provision von 1000 Euro oder von 800 Euro. Das ist schon viel. Also da sieht man, wenn ich so mit einem Verkauf 300 Euro an einem Tag kriegen würde und ich schaffe das wirklich jeden Tag, dann wären das 9000 Euro im Monat. Aber wir gehen jetzt heute erstmal davon aus, wir wollen 100 Euro am Tag, ist das schaffbar, kann ich das machen? Und gehen wir mal davon aus, wenn du das Maximum-Prinzip erfolgreich vermittelst, dann sind das ja eigentlich 297, da habe ich öfter mal Rabattaktionen und so weiter. Gehen wir mal jetzt ganz pauschal von 50 Euro aus, die du dann kaufen, kriegen würdest, weil man das einfach ganz gut so rechnen kann. Okay, also mit 50 Euro kann man ganz gut rechnen und nein, keine Fragen, ich bin kein Steuerberater. Cecil, muss ich ein Gewerbe anmelden, muss ich Steuern darauf zahlen? Ja, natürlich musst du, wenn du Geld verdienst, Steuern zahlen. Und das musst du dann einfach mit dem Steuerberater besprechen. Aber es geht jetzt auf jeden Fall darum, man müsste zweimal das Maximum-Prinzip erfolgreich vermitteln, um 100 Euro am Tag zu bekommen, um im Monat, wenn man das jeden Tag schafft, 3000 Euro zusätzlich zu bekommen zu dem Job, den man jetzt gerade hat. Und das ist sehr, sehr realistisch, werde ich dir heute zeigen, wie das funktionieren kann. Und hier sehen wir mal, wie man organisch das aufbauen kann, also wirklich organisch. Hier habe ich mal so Beispielprofile einfach gezeigt. Hier, Faktastisch 7,9 Millionen. Und das ist immer so ein ganz einfaches Prinzip. Wenn du etwas erreichen willst, was jemand anders erreicht hat, dann ist es ganz einfach, mach einfach genau alles das nach, was die gemacht haben. So, und dann können wir uns mal bei Faktastisch auf der Seite umschauen. Und es ist eigentlich ganz einfach. Da ist auch kein Bild, wo eine Person immer spricht oder so, sondern es sind immer nur Fotos einfach genommen und ein Spruch dahin. So, und das machen die halt im Schnitt so ungefähr 3, 4 Posts am Tag. Und das ist alles. So, und dann haben die über die Zeit 10.000 Beiträge. Da kannst du ja ausrechnen, sagen wir mal 3, 4 Posts jeden Tag, 10.000 Beiträge. Die sind schon ordentlich dabei und das ist auch die Zeit, die man braucht. Aber sie sind auf 7,9 Millionen gekommen. Also das ist richtig krass. Also wenn du auf 7,9 Millionen kommst und du hast hier ein Post, dann würden gleich 1.000 Leute kaufen. So, auf jeden Fall, das ist wie man das aufbaut. Und das kann man natürlich auch genauso machen. Also man kann sich daran anlehnen, okay, ich muss schon 2, 3 Posts am Tag machen. Dann muss ich aber nicht immer nur Fotos jetzt zum Beispiel von mir nehmen oder vorher-nachher-Fotos. Ich kann auch einfach so eine Person irgendwie irgendein Foto nehmen und dann einen kleinen Spruch dahin schreiben. Oder ich kann von meinem Video irgendwie eine Minute einfach mitschneiden. Haben auch ganz viele jetzt gemacht. War auch eine gute Idee. Oder ich kann, was ihr auf jeden Fall nicht machen dürft, da eine kleine Mahnung, also jetzt nicht alle vorher-nachher-Fotos auf meinem Kanal anschreiben, weil das ist mega nervig. Hey, kann ich für meinen Kanal das Foto benutzen? Kann ich für meinen Kanal das Foto benutzen? Nein, benutze erst mal und wenn du merkst, okay, jemand möchte das nicht, hat das Foto gesehen, dann nimmst du es einfach runter, fertig. So, aber jetzt nicht alle in meiner Liste da anschreiben und stören, weil das schreiben ja gleichzeitig dann 50 Leute und dann kann das sehr, sehr nervig werden. Deswegen einfach, ihr könnt irgendwelche Fotos nehmen oder ihr könnt auch zum Beispiel auf irgendeine Seite gehen und sagen, Vitamine, was machen Aminosäuren? Und dann sage ich zum Beispiel, okay, die Aminosäure Tryptophan ist dafür da. Und dann mache ich einfach ein Foto mit einer Aminosäure, hey, Tryptophan macht das und das. So, aus Tryptophan wird Serotonin Glücksvermogen. So, oder dann mache ich, ja, was macht eigentlich Vitamin C? Drei Eigenschaften, warum du Vitamin C nehmen müsstest. Also einfach, man kann da locker zwei, drei Posts am Tag machen und so gewinnt man halt Reichweite. Reichweite ist ein Aufbau. Das ist aber nicht das, wie ihr sofort oder wie du sofort Geld verdienen kannst. Wie kannst du sofort Geld verdienen? Ich habe dir ja gesagt, wenn man eine große Reichweite hat, kriegt man halt extrem viele Anfragen irgendwann. Also ich habe jetzt zum Beispiel, dass ich wirklich 1000 bis 2000, manchmal kommt darauf an, ob ich gerade ein Video hochgeladen habe mit Kommentaren und so weiter. Also ich kriege 2000 Benachrichtigungen pro Tag. Insgesamt auf allen Kanälen. So, und das Wichtige ist, mit den Leuten zu kommunizieren. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, ich möchte ein Coaching verkaufen, vermitteln, ich habe meinen Link, den ich generiert habe, habe ich ja im ersten Video erklärt, auf Digistore, ich habe meinen Link generiert und ich leite immer auf die Free Tour. Ich sage nie, kauf das Programm, weil wenn ich irgendjemanden anschreibe und sage, kauf das Programm, das macht keiner. So, deswegen heißt es immer, hey, ich hatte mega Erfolg damit, kannst mal hier die kostenlosen Videos gucken, weil das hat mir dabei geholfen. So, und wie macht man das? Also wie kann man wirklich mit den Menschen schreiben, dass sie darauf zurückkommen? Und der Vorteil ist ja auch noch, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du siehst, dass irgendjemand ein Problem hat, keine Ahnung, Schilddrüsenunterfunktion oder Lipödem oder was auch immer. Und du sagst, hey, krass, ich habe auch eine Bekannte gehabt, die hat ein Lipödem und die hat das Maximumprinzip gemacht, hat mega Erfolge, die Schmerzen gingen weg und so weiter. Das, was halt so die Leute sagen auf meinen Vorher-Nachher-Fotos. So, wenn die Person dann sagt, okay, krass, gucke ich mir mal an, ich gucke mir die Free Tour an, dann kaufe ich innerhalb der nächsten sechs Monate, dann bekommst du die Provision. Und das Gute ist, wenn diese Person dann sagt, hey, das Maximumprinzip hat mir ja mega geholfen, das ist ja voll krass und jetzt möchte ich auch aus dem Hamsterrad raus, ich möchte jetzt das Matrix-Prinzip buchen. Wenn diese Person dann auch noch das Matrix-Prinzip bucht, für sagen wir 1.500 Euro, kriegst du wieder 30% Provision, immer noch, obwohl du nur das Maximumprinzip eigentlich empfohlen hast. Deswegen ist da natürlich mega Macht drin. Und wie kann ich mit Leuten schreiben? Mit wem kann ich schreiben? In meinem Bekanntenkreis natürlich auch, klar. Aber es gibt ja auch mehrere Personen, mit denen ich schreiben könnte. Und da kann man zum Beispiel auf Facebook, es gibt so viele Gruppen auf Facebook, also wenn ich einfach mal, keine Ahnung, abnehmen, egal wie, eingebe, dann findest du schon viele Gruppen hier, 50.000 Leute. Aber ich gebe jetzt mal eine ganz große Seite ein, nur als Beispiel, das Weight Watchers. Und hier siehst du 2,9 Millionen gefällt das. Da kann man draufgehen, oder auch Rezeptseiten, oder es gibt Seiten, ja, da sprechen die zum Beispiel über ein Lipödem, oder keine Ahnung. Es gibt ja für alles Seiten. Also Seiten gibt es ja ohne Ende. Ich habe jetzt nur mal eine rausgepickt, weil das hier viele, wirklich viele Follower hat. Und es ist nicht erlaubt, hier reinzuschreiben, also jetzt einen Post zu machen, hier ist mein Link fürs Maximumprinzip kostenlos, dann schmeißen die dich sofort raus, blockieren dich, das ist nicht gewünscht. Das wollen die nicht. Aber wie kann man das jetzt zum Beispiel machen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sehe hier gerade kein Bild. Okay, hier ist ja irgendein Video. Okay, hier ist irgendein Video. 1700 Kommentare. Das ist natürlich krass. Jetzt könnte man in die Kommentare gehen und gucken, worum es geht. Okay, das ist amerikanisch. Okay, aber jetzt gibt es ja auch Deutsch zum Beispiel. Sagen wir mal hier. Wer sagt, dass gefrorene Desserts nicht budgetfreundlich sein können? Also sagen wir mal so, du hast irgendein Thema, sagen wir, der Post geht um, ja, ich habe ein Lipödem losbekommen, wollt ihr wissen, wie? Und dann hast du 50 Kommentare darunter, ja krass, erzähl mal wie. Und die erzählen es aber nur, wenn ihr euch einloggt, zum Beispiel im Newsletter oder wie auch immer. Dann kannst du aber in die Kommentare gehen. Ich suche jetzt kein passendes Beispiel raus. Das ist hier jetzt auch auf Englisch, also ihr müsst gucken, dass das dann Weight Watchers Deutsch ist vielleicht. So, und dann könnte man beispielsweise sagen, hier die Person schreibt, hey, erklär mir doch mal wie, ich möchte auch unbedingt wissen wie. Und dann kannst du sagen, hey, schau mal, die Person X hat auch ihr Lipödem losbekommen und guck mal, die Free Tour von Coach Cecil wird dich interessieren. So, als Beispiel. Und dann geht die Person da drauf, klickt und sobald die Person geklickt hat und irgendwann kauft, habt ihr das in der Tasche. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder jetzt, das war jetzt blöd, weil das Englisch war. Jetzt gucken wir mal hier abnehmen, egal wie, was schreiben die so? Hallo zusammen, ich habe heute Alternative zu Spaghetti gemacht. Oh, cool, good job, Brandenburg. Okay, nicht so interessant jetzt gerade, aber okay, man sieht auf jeden Fall auf den verschiedenen, hier ist zum Beispiel sind 900, 400 Likes auf diesem Vorher-Nachher-Foto. Also ihr könnt ja, oder du kannst ja auch versuchen, ein Vorher-Nachher-Foto reinzuposten, aber wahrscheinlich wird es geblockt. Aber auf jeden Fall, 400 Leute liken das. Das heißt, man sieht hier, okay, Lisa Schweiger liked das, dann kann man gucken, Anke liked das, die liken das alle, das ist ja krass. Und dann könnte man zum Beispiel, wenn man auf die einzelnen Profile geht, das ist halt ein bisschen Arbeit, könnte man dann sehen, wie die aussehen, ob die selber irgendeine Diät machen, ob die vielleicht Low-Carb machen, oder was die machen, oder vielleicht steht auf dem Profil dann schon 100 gescheiterte Diäten hinter mir, oder was auch immer. Aber hier sind 400 Leute. So, und da kann man doch die einzelnen Leute anschreiben, und als Beispiel, sagen wir mal, das ist ein Low-Carb-Rezept. Und dann liken das 400 Leute, und dann kannst du zum Beispiel in die einzelnen Profile reingehen, und sagen, hey, ich habe auch mega Low-Carb-Rezepte von Coach Cecil, kennst du die auch schon? Wenn nicht, hier ist ein Link. Und dann gibst du den Link auf die Free-Tour, und dann interessiert das dir vielleicht. So, und ich habe ja vorhin gesagt, ich schreibe mit, keine Ahnung, 1000 Leuten jeden Tag. Wenn du jetzt zum Beispiel 100 Leute so gezielt anschreibst, also es darf nicht so eine, ja, es kann schon ein Standard-Text sein, aber es darf nicht so komplett rausgerissen sein. Also nicht so von wegen, ja, hier kannst du abnehmen. So, das spricht keiner drauf an. Aber wenn du jetzt zum Beispiel siehst, okay, Lisa Schweiger, hey, cool, Lisa, ich habe auch Eishockey gespielt. Ich habe gesehen, du hast das Foto geliked. Ich fand das Vorher-Nachher-Foto auch mega cool. Ich habe hier auch ein anderes Programm gefunden, wo die Leute mega Erfolge haben oder weiß nicht was. Aber es muss ein bisschen, schon ein bisschen individuell sein. Oder wenn du das Foto geliked hast, dann wirst du das hier bestimmt auch richtig feiern. So, hey, cool, du spielst Eishockey oder was weiß ich für ein Hockey oder was auch immer. So, so schreibt man dann alle einzelnen Menschen an und so eine normale Conversion Rate, sagen wir mal, du schreibst so persönlich mit 100 Leuten. Dann kann es sein, wenn du gut bist, dass, sagen wir mal, 10 auf den Link klicken und von den 10 kaufen laut Statistik ein bis zwei. Das heißt, du kommst, sagen wir mal, wenn du 200 Leute erstmal anschreibst, kommst du auf 100 Euro am Tag. Das wirst du ungefähr schaffen. Vielleicht schaffst du noch viel mehr. Ich schreibe, wie gesagt, mit 500 bis 1000 Menschen am Tag hin und her. Das ist eine Kapazität, die kann man schaffen. Ist natürlich nebenbei schwer, neben dem Job, aber es ist machbar. Es ist absolut machbar. Wenn man darüber nachdenkt, dass man dann 100 Euro am Tag locker kriegen kann, ist das absolut machbar. Und das sind zum Beispiel Strategien, wie man auf der einen Seite langfristig was aufbaut, immer solche Posts jeden Tag und dann das kombiniert mit den Leuten einzeln zu schreiben und die Leute kann man überall in allen möglichen Gruppen finden. Was gibt es denn zum Beispiel? Liebödem als Beispiel oder Schilddrüsengruppe oder Abnehmen oder Jojo-Effektgruppe oder gibt es ja alles. Diagnose Liebödem oder Jojo. Vielleicht gibt es auch so eine Gruppe Jojo-Effekt. Abnehmen ohne Jojo-Effekt als Beispiel. Wie viele sind da? Okay, nur 1000 Leute. So und dann kann man sich halt mega durchsuchen und das kann man dann gepaart mit dem organischen Aufbau, dass die sehen, boah krass, kannst du ja auch sagen, hey, guck mal auf mein Instagram und dann sehen die, boah, voll viele Vorher-Nachher-Fotos, mega coole Informationen, da bleibe ich auf jeden Fall am Ball und ja, gebe halt die Informationen raus. Genau, und das ist organisch, wie man organisch zum Beispiel den nächsten Schritt machen kann, wie man wirklich anfängt, Geld zu verdienen, nebenbei. Wenn ich jeden Monat nebenbei die 3000 Euro, die ich dazu verdiene, spare, als Beispiel, ist krass. Also wenn man dann richtig anlegt, kann man wirklich sehr schnell in die richtige Richtung kommen und das ist organisch. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Professionellen, wie man das professionell machen würde. Man schreibt, wenn man es professionell macht, das kommt aber erst später in dem Online-Business-Programm, da schreibt man nicht die Leute alle einzeln an, sondern es gibt Programme, es gibt Newsletter, in die du sie reinziehst, es gibt, ich schreibe auch jetzt, wenn ihr E-Mails von mir bekommt, jeden zweiten Tag oder jeden Tag, dann schreibe ich die natürlich nicht alle an 70.000 Menschen gleichzeitig. Ich schreibe das natürlich nicht. Also es gibt Programme, es gibt Programme und so handeln auch hier die verschiedenen Programme zum Teil. Also bei denen denke ich das ziemlich sicher und bei Millionaires und so, weil die haben immer so, warte, ich zeige euch das mal, 4 Billionaires, wo sind die? 4 Billionaires, oh, warte, so, die werden auch, die haben immer so Reposts, also die posten eigentlich gar nicht selber, sondern die nehmen immer so Reposts, die eigentlich von anderen sind, als Beispiel und das sind zum Teil auch Computerprogramme, also die hier jetzt zum Beispiel, die machen nicht jeden Post selber, denke ich, sondern das sind Computerprogramme, du kannst Computerprogramme einstellen, die dann jeden Tag zum Beispiel 300 andere Programme, Likes geben oder Kommentare geben oder anschreiben oder so, das kann man alles über solche Computerbots einstellen. So, das ist beim Instagram jetzt zum Beispiel, wie man da auch Reichweite aufbaut und das nutzen manche solcher Portale, nutzen das einfach, also bei Faktastisch jetzt nicht, weil das alles individuell ist, aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie man halt nicht wirklich händisch jeden anschreibt. Das ist wirklich nur, wenn man kein Startkapital, wenn man einfach anfangen will, Reichweite aufzubauen, nebenbei was zu verdienen, um Erfahrung zu sammeln und dann später, wenn man das professionell macht, dann stellt man solche Programme ein, dann stellt man Systeme ein, dann hat man ein Funnel, dann lernt man im Online-Business-Prinzip, wie man zum Beispiel selber ein Online-Coaching erstellt, also sagen wir mal, ich bin Zahnärztin und ich möchte ein, ich mache das ja, habe ich ja letztes Mal auch schon in dem Video ein Beispiel mit Amalgamfüllung gemacht, ich bin Zahnärztin sowieso schon seit zehn Jahren und jetzt möchte ich ein Zusatzcoaching anbieten, wie man amalgam, was man macht, wie man die Amalgamfüllung gut daraus kriegt, wie man sich vorbereitet oder was auch immer, so oder egal was, es gibt im Online-Business, alle Programme, also ich habe ja gesagt, Dating oder krieg deinen Ex-Freund zurück oder was noch alles, Papageien-Coaching oder Russell Brunson hat auch mal eine Potato Gun gemacht, also wie man mit Kartoffeln so eine Pistole macht und damit schießt und er hat einfach, er wollte das am Wochenende machen und hat gedacht, okay, ich gehe mal ins Netz, wie man die baut und dann hat er gesehen, ey, es gibt kein einziges Programm, das mir erklärt, wie ich eine Potato Gun baue und dann hat er geguckt, wie viele Suchanfragen auf Potato Gun im Monat sind, weil er ja auch selber gesucht hat und da hat er gesehen, okay, 18.000 Leute suchen den Begriff, wie baue ich eine Potato Gun und dann hat er gesagt, okay, krass, ich erstelle jetzt ein Coaching, wo ich eine, wo ich denen genau erkläre, die Schritte, die man braucht, um eine Potato Gun zu bauen und dann hat er nicht nur das gemacht, sondern hat auch noch die Materialien dazu und so ein Gesamtpaket, also Anleitung mit allen Materialien, Potato Gun, hier bitte, kannst du von mir kaufen und so und hat das halt die Werbung vor die 18.000 Leute geschaltet, weil es gab kein anderes Coaching und dadurch hat er natürlich dann auch richtig viel Geld gekriegt, also man kann mit diesem Coaching, auch Papagei-Coaching hat Frank Kern gemacht, man kann mit meisten Sachen, die ihr sowieso schon, könnt, also ihr habt ja irgendwas gelernt, das kann man sehr gut auch in eigenes Infoprodukt erstellen und wenn man dann so ein eigenes Produkt hat, was 200 Euro kostet, da ist die Marge natürlich sehr gut so und das kann man dann sehr gut vermarkten und dann muss man aber Facebook Ads schalten, dann schaltest du die Ads genau da drauf, dann musst du eine Free Tour machen, dann kannst du ein Webinar machen, da sind so viele verschiedene Techniken, die man einsetzen muss, dass es erfolgreich wird, aber da ist der Hebel natürlich viel viel höher, also wenn ich jetzt bei dem Affiliate Marketing hier von organisch 100 Euro am Tag spreche, das sind lächerliche Zahlen, also da geht es dann richtig, da kann man 1000, 2000 oder auch 5000 Euro oder mehr am Tag verdienen, weil es gibt genug Leute, die ein Problem mit irgendeiner Situation haben, okay, also das ist dann alles im Online-Business, aber wie gesagt, das geht nur, nicht mich anschreiben, nein, nicht mich anschreiben, nur wenn ihr im Matrix-Prinzip seid, weil ohne das Matrix-Prinzip, das ist als wenn ich sage, ja, du hast keine Beine, aber du willst jetzt Fußball spielen, nein, es ist ganz gut, wenn man Beine hat zum Fußball spielen, deswegen, dass es praktisch sind, wie die Beine hier oben, das Matrix-Prinzip, das ist das absolute Muss, weil da ist dieses ganze System erklärt, wie man überhaupt erfolgreich wird und das Online-Business-Programm ist dann nur, wie man das technisch genau umsetzt, von A bis Z und das geht auch darüber hinaus, also Affiliate-Marketing ist mit drin, wie man das wirklich aufbaut, dass man nicht nur 100 Euro am Tag verdient, dann das Online-Business, wie man zum Beispiel ein eigenes Online-Produkt, wie ich zum Beispiel das Maximum-Prinzip oder das Matrix-Prinzip erstellt habe, wie macht man das überhaupt, welche Schritte muss man da überhaupt gehen, so und das kann eigentlich grundsätzlich jeder, weil jeder hat irgendwie ein bisschen Fachwissen über irgendwas, was ihn interessiert oder vielleicht schon Ausbildung gemacht hat und dann haben wir noch andere Sachen da drin, zum Beispiel, wenn man einen Online-Shop erstellen will, also wenn man Klamotten verkaufen will oder wenn man FDA machen will mit Facebook, also Sachen kaufen, aber nicht wirklich selber kaufen, sondern dann gleich weiterschicken und so, diese ganzen Sachen, wie man es wirklich professionell macht, die sind da drin, aber wie gesagt, hier alles ausfüllen und euch in die Warteliste einmelden, weil wir werden am Anfang nur 20 Leute reinnehmen, mehr nicht, so, weil wir wollen erstmal alles umstellen, dann alles verbessern am Anfang, bevor wir das dann der breiten Masse zur Verfügung stellen, okay, deswegen, da könnt ihr euch eintragen und das ist halt ein richtiges, richtiges Business-Programm, genau, das war es für heute, ich hoffe, das hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und ich hoffe, ihr gebt Gas, weil ihr seht, man muss Gas geben, also man muss schon, man kann richtig, man muss schon Gas geben, Gas geben und dann mit den Tricks über verschiedene Seiten hier und jeder von euch hat schon irgendeine Reichweite auf WhatsApp, da könnt ihr schreiben, hey, guck mal, ich habe das gemacht, guck mal die Free-Tour an oder auf Facebook sind die meisten, auf Instagram, ihr habt schon eine kleine Reichweite, damit kann man anfangen, damit kann man gucken, oh krass, ich generiere die ersten Einnahmen, das ist heftig, ich habe jetzt einfach so 50 Euro verdient, dafür müsste ich normalerweise einen Tag arbeiten und wenn ihr diese Erfolge habt, dann wird es richtig interessant, weil dann wisst ihr auch, hey, wenn ich 50 Euro am Tag verdienen kann, kann ich auch 500 Euro am Tag verdienen, kann ich auch 1000 Euro am Tag verdienen, das ist dann auch nicht das große Problem, okay, das war es für heute, gibt richtig Gas, wir wollen unbedingt aus diesem Hamsterrad rauskommen, und wir wollen uns nebenbei was aufbauen und denkt dran, das ist nebenbei, okay, es geht nicht, ja, ich kündige jetzt meinen Job, ich mache nur Affiliate Marketing, nein, so nebenbei, bis das wirklich so gut angelaufen ist, dass man den Job, Hamsterrad einfach mit gutem Gewissen wegklicken kann, das ist das Ziel, okay, das war es für heute, viel Erfolg und bis dann, euer Coach Cecil. Ich Indigenous mitgeg Dolphine